Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von TicketLight mit dabei, Terror und Wider. Hi. Ja, wir haben keinen Strom mehr. Das ist schlecht. Ja, ich... Ja, nur wenn Wider da übertreiben musste und beide Maschinen unnötige Sachen machen lässt, hier wie Koper. Ja, ich will das verarbeiten haben. Warum? Das ist weg, ist weg. Warum macht ihr das erst in den Metal Rater und dann erst in den Dings? Weil es dann mehr Sachen rauskommt. Oh, das ist gut. Du kriegst das doppeltere dann immer raus. Oh, ich will auch mal so weiter. Du Scheiße. Nein. Oh, wir haben nichts zum Essen, kann das sein? Ja, ist mir auch gerade aufgefallen, ich habe jetzt ein Brot. Oh, wie macht man ein Refined Iron? Eisen nochmal warten. Eisen nochmal brennen. Achso. Ja, hast du die Kisten? Ja, die Kiste, ja, habe ich. Die Pipes? Ne, die Pipes habe ich noch nicht. Ja, eine lang da nicht. Die Pipes hast du nicht bekommen. Pipes. Ja, ich habe aber keine Pipes. Ich will essen, ich habe erst mal Hunger hier. Ich mache so... Alle verhungern hier und... Ich habe noch ein bisschen Brot, das kannst du auch rüberbringen können. Also von... Was hast du gesagt? Ne, wir brauchen ja erstmal Kohle. Ich habe vergessen, Kohle noch im Inventar zu behalten. Auch Masereta haben, dann kann ich nämlich... Wenn ich reich, dann... Ja, ich fange jetzt auch an mit diesem Maschinenbau. Und da unten im Rosel der Yoshi rum. Und wir dachten alle, die ihr wärt, so die Ökos. Keine Industrie, alles... Alles Betreuung. Weil ich Vegetarier bin, hatte... Ey, ist das mehr, die ich Öko bin. Du bist Vegetarier Stufe 10, ne? Du isst nichts, was einen Schatten wirft. Auch kein Salat. Moorüben. Alles, lass mich so nicht, dass er alle wechselt. Ja, Moorüben, Kartoffeln. Plattengewächse. Ja, stimmt. So quasi. So. Ähm. Äh. Ich brauche Redstone-Fackeln. Ich brauche die Kiste, ich brauche die Redstone-Fackeln. Ich brauche, äh, ein ganzes Programm. Äh, Redstone... Ist alles Redstone? Da ist Redstone. Wo ist denn jetzt Stöcker? Was brauchst du noch? Ich brauche die Query immer ab, weil das sauerläuft wie uns das nicht schon besser. So, ich habe jetzt, äh, Stöckerl, Redstone, und die Crystal-Chests. Crystal... Also kann ich die nicht mehr antreiben mit Redstone-Ansions oder was? Dann musst du einen Ofen an ihm haben, ne? Ah doch, die baut sich auf. Nein, baut sie nicht auf. Alter, ich bin mir Redstone... Oder... Ne, ich brauche einen Schalter, glaub. Äh, ich habe keinen, äh, Kupfer mit, äh, keinen Stein mitgenommen oder was. Oh, maaan. Ja, ich denke hier... So, aber das... Oh, scheiß Hunger. Ne, ich brauche... Fache, ich brauche die Pipes. So, Maserator. Ach, das geht ja. Oh. War ein Machine Block? Na, ist doch schon so schön. Ja, aber schon wieder kaum mehr. Na, wir haben aber voll. Oh. Oh Gott. Oh, scheiße. Äh, was brauchst du denn für... ... ganz normale Pipes, ne? Ja. Und am besten eine, äh, Diamant-Pipe. Wo wir denn Dreck und Sand aussortieren. Ja, weil wir haben Wasser geladen. Äh, was wollt ihr jetzt machen? Hab ich Flint? Oh, wir haben einen Flint zu wenig. Das ist doch wohl. Hüße. So, Hüße. Ah, Wetter nimmt gleich wieder alles raus. Ich hab nur Diamanten rausgemacht. Wo ist der Koppel? Da. Lass mich aufregen. Wo ist der Koppel? Achtung. Aber es ist... Keine Selbstverständlichkeit. Aber ich leg mir das jetzt alles schon mal hier hin zurecht. Und sollte das dann anders sein, weiß ich, dass hier irgendjemand rumgeistert. Hä, wieso hab ich nur Trans... Achso doch, Transport Pipes, Transport Pipes. Habt ihr einen Flint für mich? Aber muss ich schon gucken. Was ist jetzt der Unterschied? Hä, wieso find ich hier Mining Pipe? Ja, das ist klar. Aber ich find nur Trans... ...Redstone Transport Pipes. Ich hab grad einen Zombie Pigman gehört. Ja. Von draußen läufst irgendwo ein Zombie Pigman rum. Ist egal. Was brauchst du jetzt genau für ein Transport... ...Ding? Ihr habt ja alles in das Ding hier eingelagert. Kann ich mir vielleicht auch die Kabel rausnehmen oder braucht ihr die? Die Frau, ja. Okay. Ist ja okay. Ist ja okay. Hm. Ach, Ronsau und Koko gefunden, das ist dieses Ding nicht. Ja, verdammt. So. Äh, was brauchte ich nochmal? Achso, genau. Flint. Wie heißen die Pipes? Muss ich einfach nur PIP? Ihr habt kein Flint. Spannend an. Er muss PIP machen. P-I-P? Dann kenn ich den Switch Transport Pipes, hätte ich dann. Sand Transport? Sunstone? Na, machen wir die doch. Jetzt schreck ich die Welt nie mehr. Ich brauche Glas. Aquari will nicht. Vielleicht brauchst du denn so einen, äh, diesen aus Kohle. Nee, versteh das nicht. Eigentlich müsste es doch gehen mit Ritzen und Ancients. Ja. Nee, vielleicht auch nicht. Hm. Ich hab Sand, ich brauch Glas. Na, warte mal, nur vor dem Materialien verschwendest du hier nix. Okay, gut dann. Au. Au, au. Falsch hast du. Nee, ich alles erstmal wieder rein. Hm. Was denn? Ey, nee, aber muss man auf die Suche gehen nach Nomnomnomnomnomnomnomnomnom. Ja, klar, gerne. Wenn sonst wir nicht mehr lange leben. Kekse? Warte, da kostet es ja auch noch Knochenmehl. Ja. Ah, ich hab ne Idee. Oh mein Gott, festhalten Leute, wir da hatten eine Idee. Okay, könnt loslassen. So, ich nehm mir Erde. Ich brauche Stöcke. Ja, aber das müsste doch gehen mit in der Redstone-Ancients. Das ist eine falsche Redstone-Ancients, oder? Redstone-Motor hast du genommen, ne? Ah. Redstone-Motor. Hm. Keine Ahnung, was du da gemacht hast. Ähm. Ja. Auch unseren Kogok fandst du diese Scheiße nie. Vielleicht müssen das doch irgendwelche anderen sein. Nein. Ist ruhig. Mann. Ach, jetzt hab ich da noch die Hacke vergessen. Nein. Na, komm schon, wo ist die... Boah, das dauert so lange. Okay, die... Ich führ mir sie im Flugring. Wollte ich mir auch gesagt haben. Hm. Warum zanko war, geht das nicht mit der Query verbinden? Brauchen wir ja einen Link? Nein. Nein, nein. Ne. Ich brauch doch nur noch, was ich hier ist. Wird schon wieder dunkel. Tatsächlich. Verhungere. Also nicht, wenn ich mich jetzt so weit vorwage, finde ich dann am Weg zurück, ey. Ja, hast ja hoffentlich einen Wehpoint gemacht. Ja, hab ich. Stimmt, ja. Hat er nicht. Doch, hab ich. Äh, supi. Wirkt mich hier in unbekannten Gebieten. Oh, hier sind Hühner und Kühe. Und Schafe. Ganz viele Schafe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallo, Moko. Das ist Moko. Genau. Ja, da kann man immer gebrauchen. 1, 2... Blarven. Ja, ich bin noch im Weg zurück. Also. Äh. Steht ne Werkbank rum. Ja. Er kommt zurück. Ist schön, wenn ne Werkbank rumsteht. Ah, ne. Ich muss das finden. Muss nur ein bisschen. Das kann eigentlich nicht so viel verlangt sein. Sag, wir hätten doch Kies. Wir hätten doch 65 Kies. Oh, das sagst du mir jetzt? Ich hab das halt in den MES-Systemen. Ich hab nur nach Kies geguckt. Ich hab nur nach Flint geguckt. Ja, du hast halt nicht nach Gräbel gesucht. Ja, das... Das... Das weiß ich jetzt auch. Er ist Ton. Na, das schlafen wir uns. Ich komm zurück. Ja, das wäre noch mehr dran dran. Ich hab aber dafür ein bisschen Quarz gefunden. Und? Was ist das hier? Quarztast. Hm. Oh, sind auf mich. Ja, 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 ja. Wir warten. Wir warten. Oh, hier ist ne... Hier ist ne Mine. Ja, mag ich mal mal kurz ein Vapehint machen? Oh, warum von Sig... Na, vielleicht braucht die ne Leitung. Ne. Doch, vielleicht. Sonst spuckt sie ja. Aber das glaub ich nicht. Aber das hier eine Leitung bräuchte. Terror, wie weit bist du? Na ja, ich muss mal kurz ein Vapehint setzen. Ja, aber das kann ja nicht stundenlang dauern. Ne, ist ja auch schon die Qualle. Da trampelt so ein Widder auf mir rum. Uh, he, he. So. Ach. So, ich leg mich jetzt auch hin. Na ja, noch 103 Späne. Warten. 103 Meter fein war es 2 Meter. 200 hab ich gemacht. Ist eigentlich das so eingestellt, dass ein Tag-Nacht-Rhythmus ungefähr so, na, roundabout, äh, 15 Minuten dauert? Kann sein. Creeper, Creeper, Creeper. Warum? Ist Zeit zu Ende, oder? Ne, ne, noch nicht. Creeper, 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 nein! Okay, hat sich erledigt, er ist im Bett. Ja, ist klar. Da liegt nicht schnell schlafen. Okay, los geht's. Warum? Du bist da unten explodiert. Äh, warum wird dir das machen zu lernen? Hat er da drüben? Also, ich brauche erst essen. Verdammt, oh mein, ich brauche ess sie. Ja, hast du alles? Hier drüben liegt noch verrottetes Hühnchen. So, Terra, mach dir gleich ein Hühnchen. Der hat mit dir ein Hühnchen zu rupfen. Ich hab mit ihnen Hühnchen zu rupfen. Hüpfen, dupfen, dupfen. Äh, ja. Gucken wir mal, wenn wir schnell bei David vorbei. Vielleicht hat der noch genug Solarpanels. Wer ein... Ding. Direkt neben mir sind gerade zwei Creeper explodiert. Also, das kannst du noch wirklich nicht mehr nehmen. Ach, doch. Doch, es gibt noch Schlimmeres. Wenn man es, wenn man ein gewisse Person... Ja, ja. Ja, aber... Das kann man auf Dauer nie überleben. Hm, hm. Kannst du dich nicht bewerten, du schon. So. So. Ja, der hat eine generelle Eisenfirma. Nein. Der hat Eisenfirma? War nicht. War ein... Er hat aber... Eins, zwei, drei, vier... Warte, es nur durchsieht, wenn man den Gravel mit Hand abbaut und mit Schaufel? Nein. Äh, doch. Klein... Ach, war... Wir haben einen Flint gefunden. Ah, das ist Schironimo. Scheiße, Schi... Yes, Schi... Maria, war das knapp. Er hat einen Plätsch gemacht. Ja, Leute, schreibt es in die Kommentare, wie ich die Aquaria am besten antreiben kann. Am besten, wir bestellen jetzt nur ein paar Solarpendels her. Dann können wir nämlich eine Highway-Vault-Ding und dann können wir das mit einem Solarpendel laufen lassen. Hm, dann brauchen wir aber den Link, trotz alledem, ne? Nein, da brauchen wir keinen Link. Nicht mehr? Warum brauchst du einen Link? Ist das nicht... sind das nicht zwei verschiedene? Warum? Nicht v-plus. Stimmt. Da brauchst du ja trotzdem den Link. So. So, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.